Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, den ihr jetzt hört. Mein Name ist Paul Richter und wäre ich alleine, würde der Podcast heißen Richter. Da es aber noch einen Antagonisten in dieser Show geben muss, habe ich ihn eingeladen. Und zwar den Florian und damit heißt der Podcast nun Richter und Ruhe. Hallo Florian. Hallo Paul. Okay, ich habe Angst. Solltest du auch, während ich dir jetzt meinen Plan verrate, wie ich die Welt an mich reiße. Okay, und ihr schafft es in letzter Sekunde, mich zu befreien und kann dich dann aufhalten und du wunderst dich warum? Äh, vielleicht. Oder ich deute mit einem Laserpointer auf dich und lasse die Katzen los. Oh nein. Du Schuff, weißt, ich habe eine Katzenhaar-Allergie. Du hast auch eine Laserpointer-Allergie, das weißt du aber nicht. Ne, und was du aber nicht weißt, ich habe Allergietabletten in meinem Schuh. Nein! Doch. Oh. Oh ja. Wer ist jetzt das Monsterpaul? Die Schuhfirma. Genau. Da sie kein extra Fach hat für Allergietabletten in ihren Schuhen. Weil sie keinen Saft in ihren Schuhen haben? Vielleicht auch. Who knows, who knows? Was hast du mit Nasen? Ich weiß es nicht. Ein Nasenbär. Hat eine lange Nase. Mehr weiß ich nicht. Was sagt Nasenbären? Was sagt das Inhalt dazu? Kann man Nasenbären einen Piercing machen in die Nase? So ein Nasenpiercing. Das weiß ich nicht. Theoretisch, ja. Aber warum? Damit, wenn er Ameisen frisst, dann kann er denen Falle stellen. Kennst du doch den Anglerfisch mit seiner Laterne? Das ist als Schaukel oder was? Ne, nicht so. Als Hula-Hoop. Die meinen es, wenn sie Hula-Hoopen, auf einmal kommen die Zunge und... Genau, ein Hula-Hoop. Wie soll das funktionieren, wenn am anderen Ende 50 Kilo... Das wissen die Ameisen ja nicht. Okay, nicht ganz 50 Kilo. Sehe 3,5 bis 6 Kilo. Entschuldigung. Das ist knapp an 50. Grob aufgerundet. Große Ameisen. Diese blaue Ameise aus der pinke Panther. Der Ameisenbär. Wir reden ja von Nasenbären. Was frisst ein Nasenbär eigentlich? Nasen. Ah, nein. Doch. Oh. Er ist ein Raubtier. Okay. Und was frisst er jetzt? Steht hier nicht. Schade. Auch lebensweise. Größere Nagetiere. Okay. Ansonsten. Sehe ich hier gerade irgendwie nicht. Wahrscheinlich auch Insekten oder sowas. Na gut. Wieder was gelernt? Nasenbären haben Nasen und fressen auch größere... Nasen. Nagetiere. Ich dachte Nasen. Kleinere Nagetiere. Vielleicht auch Nasen. Und wie ist ihre Telefonnummer? Komm, Flo, wie ist ihre Telefonnummer vom Nasenbär? 5, 5, 5, 5, 5, Nase. Genau. Sag mir nochmal Hallo und herzlich willkommen zu Richter und Ruhe zu einem sehr komischen Einstieg. Aber diesen komischen Einstieg brauchen wir, weil ich habe... Aber es kam letzte Woche, glaube ich schon, oder vorletzte Woche ging es schon los. Ich habe es vergessen zu erwähnen. Beziehungsweise letzte Woche haben wir noch viel geredet. Und zwar, hast du mitbekommen, das Thema zur häuslichen Gewalt? Um was da so abgeht? Also die Umfrage? Ach so, ja, das habe ich mitbekommen. Dass ungefähr 33% der Männer häusliche Gewalt in einer Beziehung okay finden. Wo ich mir denke, was zum Fick ist euer Scheißproblem? Gut, kleine Pimmel und aufgebautste Egos, die sofort zusammenbrechen, sobald sich jemand wehrt. Aber was ist euer Problem? Ich muss nicht mal wehren. Das reicht, wenn einer Nein sagt. Ich will aber. Ja, aber ich frage mich halt einfach, was ist das Problem, dass ein Drittel aller Männer sagt, weil meine Alten eine reinklatschen, wenn sie die Nudeln zu lange kochen lässt. Das ist in Ordnung. Ja, du, ich glaube, wenn einer meine Nudeln zu lange kochen lässt, würde ich auch, glaube ich, umschlagen. Und da würde ich mich nämlich erst mal fragen, wie der in die Nudel kommt, die Person. Und wieso sie im Kochtopf steckt. Da würde ich auch schlagen. Ja, genau. Aber ich frage mich einfach, warum ist das okay für viele, dass sie einfach ihren Lebenspartner mehr oder weniger eine reinhauen, übertrieben gesagt, so, was ist euer scheiß Problem? Ich frage mich einfach nur. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, so, nein, wenn das so ein, weiß ich, 5% gewesen wäre ein okay, aber einfach ein Drittel. Also, alles über 0,1% ist nicht okay. Das sowieso, aber ich habe, es gibt ja immer wieder mal, weißt du, wie ist das, 5% wäre jetzt nichts gewesen, was mich verwundert hätte. Dass, klar, jedes Prozent so viel ist, oder jedes 0,0% ist, ist mir auch klar, aber, alter, ein Drittel? Äh, du. Warum? Man muss sagen, dass bei dieser Umfrage haben sich die Leute selbst melden müssen. Super, noch schlimmer. Also. Da habe ich ja eher das Gefühl, dass da viele auch einfach, ähm, getrollt haben vielleicht. Wenn, wenn es wirklich so ist, ich habe da jetzt nicht weiter auseinandergesetzt mit. Aber das haben sie gesagt, dass, ähm, ein Problem bei dieser Umfrage ist, was viel kritisiert wurde, dass die Leute anrufen, dass normal nicht, also nicht angerufen wurde, sondern dass die Leute anrufen konnten, beziehungsweise sich online im Internet ging das. Mhm. Ja. Ja, trotzdem finde ich es halt irgendwie erschreckend. Da gibt es bestimmt ein paar, die sagen, ja, für mich ist das in Ordnung. Ja, okay, Gunther. Du bist 50 Jahre alt und hast noch nie eine Frau nackt gesehen, aber ist okay. Und im Leben nichts erreicht. Ja, solche Typen sind das immer. Traurigerweise kann ich da sogar was dazu erzählen. Wir hatten auf der Arbeit, war eine Situation. Achso, ich dachte, du bist der Typ. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe sogar zwei Storys. Einmal deine eigenen und die von einem. Oder die von meiner Mitbewohnerin. Genau, was? Was? Ähm, nein. Es sind beide traurigerweise sogar Arbeitsstorys. Das eine, es war ein Bewohner, der seine Partnerin verprügelt hat, weil er mit ihrer Demenz nicht klarkam. Ja. Traurigerweise kenne ich da sogar sehr viele, die das machen. Egal. Ähm, und das ging so weit, dass der Person sogar in den Arm gebrochen wurde. Wir haben nur gemerkt, die hat Angst vor ihrem Partner, wussten aber nicht warum. Also beide waren bei uns im Heim gewesen. Mhm. Ähm, bis wir es rausbekommen haben. Und ich kann dir sagen, äh, der hat sie nicht mehr angerührt. Äh, ich habe den nicht mehr aus dem Blick gelassen. Ich habe ihm auch gesagt, ein einziges Mal nochmal die Hand gegen seine Frau gehoben und, äh, er hebt sie nie wieder. Ja. Äh, das Schlimme war, dass die Kinder das wussten und gesagt haben, die Mutter ist erst selbst schuld, wenn sie ihn mit ihrer Krankheit reizt. Was zum Beispiel. Und das andere Schlimme war, dass wir, wir konnten leider von uns aus auch nichts machen. Wir hatten überlegt, was können wir machen, dass er aus dem Heim geworfen wird und sowas. Kinder sollen gucken, wo er unterkommt und alles. Nein, ging gar nicht. Ja. Ging nicht. Super. Wir hatten da keinen, wir konnten nicht eingreifen. Man kann sowas auch nicht einfach trennen. Mhm. Äh, klingt ja eigentlich logisch. Ah gut, ihr Partner, der übt mit gegen Siegwalt aus. Er ist klar im Kopf. Also gucken wir, dass er verschwindet. Oder dass sie irgendwo hinkommt, wo er es nicht erfährt. Äh, konnte, nichts, nichts gemacht worden. Und wir hatten da sogar, äh, unser Rechtssystem eingeschaltet. Innerhalb, also außerhalb der Wohnung im offenen Bereich konnten wir was dagegen machen. Innerhalb, äh, der gemieteten Wohnung hatten wir kein Eingreifrecht. Musst ihr mal überlegen. Ja, ja. Ja, es ist halt privat. Ich hab dem mal die Tür ausgehangen. Weil ich genau wusste, sobald die Tür zugeht. Da hat er auch noch so schön gesagt, ja, wenn die Tür zugeht, ist es seine Sache. Hab ich ihm die Tür ausgehangen. Na, super. Musst sie wieder einhängen. Meine Chefin verstand, wieso, weshalb, warum. Sie fand's auch unter aller Sau von ihm, aber, äh, ich hab sie leider wieder, äh, also der Hausmeister hat sie dann wieder angebracht. Okay. Also, das war jetzt aber eine alte Generation, sag ich jetzt mal. Ich hab die Erfahrung aber auch schon mit einer jungen Generation gemacht. Bisschen, also, ja, jung. Äh, trotzdem ein bisschen älter als ich. Ähm, da hat, von dem hab ich sogar schon mal erzählt, der hat die Zufahrt von einem Rettungswagen zugeparkt und mich blöd angemacht. Das ist ja gar nicht das Recht hätte, ihm zu sagen, dass er da nicht so parken hat, weil die Einrichtung laut Straßenverkehrsordnung nicht, äh, vorschreiben darf, dass das freigehalten werden muss. Okay. Aber man könnte ja vielleicht mal ein bisschen mitdenken. Ja, aber du, beim Denken hörts auf. Bei uns war am Wochenende Stadtfest. Und da wurde lustig... Ach, woher weißt du denn, dass da Stadtfest war? Äh, ich... Du bist dich, Stadt, was? Ähm, und da hat die Feuerwehr einfach mal ein Bild gepostet. Ja, es ist schön, wir haben eigentlich auch gedacht, es wäre nachvollziehbar, ähm, aber das rote Band heißt nicht, dass wir hier nicht durch können und ihr da parken dürft. Das heißt, bitte hier nicht parken, damit wir rausfahren können, wenn was brennt. Die haben einfach mal die ganze Feuerwehr zugeparkt. Ich meine, wer kommt denn auf die Idee? Aber die haben dann schön kommentiert, ja gut, wenn es brennt, nehmen wir auf Falschparker keine Rücksicht und man kann uns da auch nichts. Und naja, so ein Feuerwehrwagen ist eine andere Gewichtsklasse. Ich muss sagen, schade, dass es in dem Moment nicht irgendwo brennt. Bitte irgendein minimaler Schaden, dass nicht groß was passiert, ähm, aber so, dass sie rausfahren müssen und einfach mal die Autos wegschieben. Das wäre gut. Das ist genauso schön wie Scheibe einschlagen für Schlauch. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war dasselbe, der den Rettungswagen mal blockiert hat und der hat eine Kollegin bedroht, war während Corona. Und, ähm, Zitat, ich schlage dir ins Gesicht wie eine kleine Schlampe, wenn sie nochmal so mit ihm spricht. Und das ist aber selbst so ein Kerlchen, wenn ich da tief Luft hole, hängt der mir als Schnurrbart unter der Nase. Und er hat nicht gemerkt, dass ich hinter ihm stehe. Und ich hab mich dann noch ein bisschen auf die Zehenspitzen, dass ich noch ein bisschen größer wirke. Naja. Und hab ihm auf die Schulter getippt und er hat sich dann schon umgedreht so richtig angepisst. Wer wagt mich zu berühren und, äh, guckt mir dann erstmal so direkt auf den Brustkorb und ich guck so auf ihn runter. Hättest du mir sagen müssen, diesen typischen Frauenspruch mit dicken Dekoté, Freundchen, meine Augen sind ja oben. Hätte ich sagen müssen, schade. Ja, ich weiß es. Schade, es ist in dem Moment, ich hab nur gesagt, einmal die Hand gehoben und ich schlag dich in eine kleine Schlampe. Das wär's gewesen. Ich hätt's gern gemacht. Ich hätt dem gern, also scheinbar ist bei dem die Erziehung in jungen Jahren schief gegangen, ich hätt ihm die gern eingebrügelt. Oder einfach nur, einfach nur, wie alt, wie alt, wie alt ist der Mann damals gewesen? Ja, aber er ist ein Stückchen älter als ich. Der dürfte so an die 50 sein. Okay, okay. Ja. Aber, jetzt lustigerweise, hab ich auch in, ja, ist er. Ich hab auch in unserer Altersklasse leider schon ein Beispiel erlebt. Und das ist sogar ein bisschen. Ja, du hast in jeder Altersklasse immer so voll Idioten. Ja, aber das ist eskaliert. Derjenige hat, äh, von seiner Partnerin, da war's nämlich die Gewalt durch die Partnerin, ähm, gibt's nämlich auch. Äh, da hat er halt ein Messer durch den Unterarm gekriegt. Ah, okay, aua. Das ist dann da ein bisschen eskaliert. Und das war ein stumpfes Küchenmesser. Also ein Brötchen, so ein Frühstücksmesser. Nein, ich weiß es nicht. Hast du mal, nein, es war ein großes Messer, ein dickes, breites. So ein, ich glaub ein Fleischermesser ist das. Nein, also dieses, wo zum Fleisch schneiden ist, ist ganz breit. Ah, dann ist er richtig. Ja, wenn dann auch richtig. Ja, ja, wenn dann machst du das schon vernünftig. Soll das vernünftig machen. Genau. Das stimmt. Mit so einem Buttermesser geht auch. Es tut aber weh. Weil das hat es auch weh. Aber lieber scharf. Stumpf ist schlimmer. Das macht mehr Schaden anrichten, wenn's schön scharf ist. Tut's saumäßig weh. Brennt wie die Hölle. Aber immerhin ist der Schaden an sich nicht so schlimm, weil halt alles sauber durchtrennt ist. Und nicht gerissen ist. Ja, immerhin. Immerhin. Nein, man muss da schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Hast du sowas mal erlebt? So, nee, in der Art nicht. Also bei uns lief das alles sehr gesittet ab. Zumindest im Freundeskreis bis jetzt. Ich hab das noch nie. Ist nicht alles im Saarland. Das sind auch Felser. Das mit dem Messer war ein Felser. Okay. Möchte ich nur kurz sagen. Nee, ich hab das selber so noch nie mitbekommen. Generell häusliche Gewalt irgendwie nicht. Und ja. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Also ich hab's tatsächlich. Wir hatten schon mal den Fall, dass. Ja. Darf ich noch kurz zu Ende machen? Dann kannst du ruhig erzählen. Wir haben's bloß mal gehabt, dass jemand kurz davor war, seine Freundin zu schlagen. Dann haben wir ihn zurückgehalten und zur Rede gestellt. Und natürlich ihr auch erzählt. Ja. War natürlich dann ziemlich schnell vorbei, die Beziehung. Ist klar. Aber wir haben's halt noch irgendwie geregelt. Weil sie wusste auch nicht mal warum. Gut. Ich hab einige Leute im Freundeskreis gehabt, wo man angeblich nicht wusste, warum. Aber hintenrum hast du dann immer mitbekommen. Ja, okay. Vielleicht wär's besser gewesen. So auf den ersten Blick, weißt du. Wär vielleicht besser gewesen, wenn es doch ein bisschen eskaliert wäre aus Gründen. Hm. Natürlich bist du im Nachhinein froh, dass du damit nichts mehr zu tun hast. Mit diesen Leuten nicht mehr abhängst. Und ja. Nee. Lass mal sein. Ja, das kenn ich auch. Genau. Kenn auch genug. Den würd ich gern einen. Da geht aber leider die Erziehung dazwischen. Verdammt. Hm. Das Problem eben, dass man dann, ja wie gesagt, wir haben's halt, zumindest in meiner Gegenwart hat man's irgendwie immer geschafft zu verhindern. Wie's natürlich war, wenn ich nicht dabei war oder wenn die zwei betroffenen Personen alleine waren. Was dann abging, keine Ahnung, weil, ja. Sag mal, zu 90 Prozent der Leute, die da involviert waren, haben mich einfach keinen Kontakt mehr und das aus gutem Grund, was ich so vor 10, 15 halt Freunde genannt hab. Ja, kenn ich. Da schüttelt's mich gleich. Ja. Genau. Also wie war's jetzt bei dir, Flo? Äh, ich hab's tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren müssen mal. In einer Partnerschaft. Ja. Das, äh, nichts, man hat's, ich hab's, ich hab's mit mir machen lassen einfach, weil ich dann, warum auch immer, um die Beziehung kämpfen wollte und hab gemeint, äh, das halte ich halt aus. Ähm. Ja, aber es ist Schwachsinn, wenn's einmal, äh, in den Schlag endet, äh, Leute, lasst, 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 lasst euch nichts gefallen, ihr müsst nichts ertragen, äh, wenn irgendeiner gegen euch die Hand hebt, egal ob Männlein oder Weiblein. Äh, dann ist es die ganze Sache nicht wert. Ja, das ist, also ich hab leider jetzt auch ein bisschen auf eine schmerzhafte Art und Weise halt mal vor langer Zeit erfahren, ja, Beziehung ist halt immer, wenn's geht, ein Miteinander, kein Gegner, oder? Und ja. Man sollte in der Beziehung halt schon irgendwie als Team agieren und sobald das irgendwie nicht ist, schwierig. Und wenn dann hässliche Gewalt noch so eine Sache ist, ja, dann. Du, ich, ich frag mich heute ganz extra, was ist mir für eine Scheiße durch den Kopf gegangen, dass ich mir gedacht hab, sie darf mich schlagen, weil mir liegt was an der ganzen Sache und ich halt das aus. Wie, ich weiß gar nicht, was, also jetzt könnte ich mein früheres Ich selbst verprügeln. Hm. Also, nee, das, in keinster Weise kann ich meine Entscheidung von damals verstehen. Nicht im Ansatz. Ja, manchmal ist man einfach blind, ne, was die Liebe angeht oder Beziehungen oder so. Dumm. Das ist, das ist so eine Sache, die hab ich auch schon ein paar Mal gemacht, was man einfach für Beziehungen und Sachen gemacht hat, die es ja mehr vielleicht nicht wert waren oder wo man sagt hat, du, nee, jetzt nicht oder so nicht. Lass mal anders machen oder lass mal überlegen, wie wir das machen können. Weil manchmal ist man einfach mit der wortwörtlichen rosa-roten Brille unterwegs und sagt, ja, klar, mach mal. Ja, das war eine Augen-OP. Das macht man so. Das war nicht mehr die Brille, das war eine Augen-OP, wo die rosa Farbe direkt in den Augenapfel gesprüht worden ist. Der wurde der pinke Starr nicht behandelt. Genau. Was? Den hast du da gekriegt? Nee, das ist, ach. Ja, genau. Also, ich kann es absolut nicht verstehen. Ich kann es, wie gesagt, in ein paar Beziehungen von früher auch nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte auch Beziehungen, da habe ich für die Partnerin alles gemacht und habe auch Beziehungen gehabt. Da hat sich das dann eben andersrum entwickelt über die Zeit. Ja. Das sind immer so Sachen. Gut. Geht noch noch irgendwas zu dem Thema irgendwie? Nö, ganz, lasst euch nicht, lasst euch nicht schlagen. Das ist kein Entschuldigung, egal was ist. Dann ist es die Sache auch nicht wert. Nee, also. Ja, hab da so nichts zu sagen. Nee, außer ihr seid beide beim Kampfsport angemeldet. Ja, und übt ab und zu mal. Ja, dann ist das was anderes. Weil dann ist das alles ein sportlicher Rahmen. Apropos sportlichen Rahmen. Mega Überleitung zum letzten Wochenende. Ich habe wieder auf der Matte gekuschelt. Hey. Und ich habe eine Silbermedaille nach Hause gebracht. Hey. Genau. Ich hatte in einer Gewichtsklasse einen Gegner. Ich konnte jetzt mit ungefähr eineinhalb Kilo weniger als das letzte Mal besser mithalten. Und ja, leider habe ich zwar dieses Best of Three verloren, aber das Kämpfen selber hat mir mehr Spaß gemacht. Weil ich mich ein bisschen wohler gefühlt habe. Und Flo, ich schicke dir jetzt mal bei WhatsApp ein Foto. Darauf siehst du ein krasses Gerät und meinen Gegner. Und wenn man mal den körperlichen Unterschied anschaut, bin ich sehr froh, stellenweise mithalten zu können. Hast du das Bildschirm bekommen? Ja. Ja. Also der Typ, beschreib meinen Gegner mal. Also der im Blau ist dein Gegner. Ja, wer sonst? Nicht der Typ unten rechts am Boden. Hätte er sein können. Wie fällt jetzt aus, dass da unten rechts am Boden ein Typ sitzt? Nein, das ist der Typ im Blauen. Also die Arme gefühlt dreimal so breit wie Paul. Ich würde jetzt sagen, größentechnisch etwa deine Größe, minimal größer vielleicht. Minimal, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, der ist viel zu groß. Also ich würde jetzt schon sagen, zu deiner Größe vielleicht ein Zentimeter, zwei größer. Aber gerade was den Arm angeht, also dreimal so breit wie du. Also Oberkörper war brutal. Also von vorne war der auch fast gefühlt doppelt so breit wie du. Der hat ja auch doppelt so viel Bart wie du. Das gibt automatisch auf körperliche Stärke und Agilität plus 10. Aber ansonsten sehe ich absolut nichts, was ihn von dir unterscheidet. Ihr könntet Zwillinge sein. Also ich sehe wirklich absolut nichts, kein Unterschied. Außer dass er was Blaues anhat und du Gelb. Ach, das ist eine Bauchtasche. Ich dachte gerade, das ist so die Wölbung zwischen den Beinen. Das ist eine Bauchtasche, okay. Was er da hat. Achso. Okay, man muss noch sagen, mein Gegner ist afrikanische Herkunft. So viel kann man sagen. Ja, gut. Mehr habe ich mit ihm... Also ich habe jetzt nicht über seine Hautfarbe und Herkunft geredet, weil mir das scheißegal war. Ach, jetzt, wo du das sagst. Ja, stimmt. Jetzt? Jetzt, ja. Ja, ich meine, gut, afrikanische, da gibt es auch weiße, da gibt es auch gelbe, da gibt es auch rote, blau, gestreift, türkis. Hemden. Hemden. Lila gibt es nicht mehr, die wurden ausgerottet, zu Recht. Ja, ja. Ach nein, der Rechts ist ja ein Lila, das sehe ich gerade. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, mein Gegner war sehr durchtrainiert und alles. Aber ich habe teilweise mithalten können, also er war sehr erstaunt, dass ich mithalten kann, oder gegenhalten kann, sagen wir es mal so. Ja, er war halt aufgrund dessen, dass er in der Gewichtsklasse auch viel ringt, das ist mehr gewohnt. Und man sieht ja auf dem Foto von mir auch, ja, die Mitte ist mein wortwörtliches, wortwörtlicher Schwerpunkt. Paul, eine Frage, hat irgendeiner rechts den Feuerknopf gedrückt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weil es nicht gebrannt hat. Auch wenn ich on fire war. Ha, 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 ha. Entschuldigung. Ja, nein. Auf jeden Fall, ja, Paul hat in Nürnberg bei Crappling Industries, das ist eine Crappling-Veranstaltungsreihe aus. Ich glaube, Amerika. Weiß ich nicht. Wir haben teilgenommen, hat ein bisschen gecrabbelt, die Teamkollegen, die mitgecrabbelt hat, unterstützt. Ich war sogar kurz davor, weil es gibt ja manchmal so Chaoten, die melden sich nicht ab und gehen dann einfach von dem Wettbewerb weg, wenn sie keinen Bock mehr haben. Da habe ich echt gedacht so, komm, ziehst du die Sachen nach dem Duschen doch wieder an, auch wenn die stinken und schwitzen. Dann gibst du mal ein, ja, ja, ich bin der, hallo. Junge, du bist, du siehst nicht aus wie 60 Kilo. Doch, 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 doch. Das ist alles Luft in diesem Bauch. Alles Luft in diesem Bauch. Ich habe viel kohlensäurehaltige Sachen getrunken. So, dass ich 40 Kilo schwerer bin. Ja, nee, hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich mir meinen Trainer ausgemacht. Das wir nächsten, ja, fast schon vier Monate, fast fünf Monate einiges tun am Körperlichen. Ich bin sogar überlegen, ob ich da dann noch ein Video zu aufnehme von dieser, wie man so schön sagt, Transformation. Guck mal, muss ich mir beim Trainer mal durchsprechen. Und Flo, ich habe noch einen neuen besten Freund, es tut mir leid. Du könntest dir vielleicht denken, was ist unter diesem komischen Kinesio-Taper und Paulus rechten Arm? Wenn du es auf dem Bild siehst. Ja, ja, ich sehe es. Ich dachte, das wäre ein Hautfehler. Nein. Das ist kein Bug, it's just a feature, nein. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen so eine Art Kratzer auf der Haut gehabt, ne? Eine Art Kratzer? Ja, ja, ich dachte, das ist ein Kratzer vom Training, weißt? Es passiert ja immer mal, dass es Leute gibt, die vielleicht ein bisschen kratzen oder so, aus Versehen vielleicht auch. Dann hat das auch Schorf gegeben. Da habe ich gedacht, okay, ein Kratzer, ne? Ja, da war der Schorf weg und da herunter war dann eine, ja, so, also momentan sind es so knapp zweieinhalb Zentimeter eine ovale Stelle, grundlich ovale Stelle. Außen so ein klein, wie wie will, außen so ein kleiner Kranz aus Hügelchen. Ja. In der Mitte sind ein einzelnes paar Hügelchen und ist so leicht rosa und juckt jetzt ab und zu. Ich habe gestern erfahren, dass ich seit ungefähr zwei Wochen mit einem sogenannten Ringerpilz oder mit einer Ringelflechte rumlaufe. Heißt, irgendjemand im Training hat mich mit der Scheiße angesteckt, weil die kriegst du nur, wenn die jemand hat. Und wir können froh sein bei uns im Gym, wenn die kein anderer hat. Heißt, ich bin heute früh zur Apotheke, habe mir eine Salve geholt gegen Pilzinfektionen auf der Haut. Und lange Trainings-T-Shirts, die recht anliegen und ich hoffe, dass ich dadurch trainieren kann, dass jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen das hoffentlich weggeht und sich keiner bei mir angesteckt hat mit der Scheiße. Was es nicht alles gibt, ja. Ja, selbst mein Trainer, der das eigentlich kennt oder recht erfahren ist, hat auch gedacht, so, er ist aber komisch, dass der Kratzer sich so lange hält, aber ist okay. Weißt du, ein anderer Freund, der ehemaliger Trainer von mir, hat gesagt, so, ich habe ihn begrüßt. Er so, hey Paul, ja, was ist das nach deinem Arm? Ich so, das war ein Kratzer. Er so, ja, das war mal ein Kratzer. Und jetzt? Ich so, ja, keine Ahnung. Verhalt irgendwie langsam. Er so, ja, weil es ein scheiß Pilz ist. Hol dir mal in der Apotheke bitte das und das. Ich so, das ist super. Dann hat zum Glück jemand von uns, unseren Leuten, die zugeschaut haben, Chinesio-Tape dabei gehabt, haben was abgetabt und ja. Also eigentlich müsste der Podcast jetzt heißen, Richter und Ruhe und der Pilz. An alle Freunde von The Last of Us, so hat es angefangen. Ja, aber ich habe sehr wenig Weizenprodukte bis gar keine gegessen, also. Ja, also, ja, ich habe jetzt halt hier Ringelflechte, wie sich das auch immer nennt. Könnt ihr immer eingeben. Oder gib mir einfach Ringapilz ein bei Google. Ich gebe es selber mal ein. Ich gebe es nicht ein, weil ich Angst habe, dass ich irgendwelche Bilder wieder zugeschickt kriege. Nee, ist nix. Fingerpilz. Kann man eingeben. Ja, was ist das hier? Verursacher ist ein bestimmter Fadenpilz, der in den Haar schafft, am Körper oder auch am Kopf eindringt und hier eine entzündliche Erektion ausschlusst. Genau dies. Und ja, ich hoffe, dass es bald weg geht. Bei mir ist es jetzt noch in Ordnung. Ich glaube, man kann es hoffentlich noch behandeln. Das Problem ist natürlich bei einem Pilz. Jeder, der weiß, wie ein Pilz wirklich aufgebaut ist. Der kann jetzt an meinem rechten Arm anfangen und am linken Fuß wieder erscheinen, wenn er Bock hat. Also ich muss es jetzt beobachten. Bis jetzt ist es wirklich nur das, die Stelle. Ich krebe es jetzt zwei bis drei Mal am Tag ein und hoffe, dass es schnell wieder rumgeht und ich den Scheiß nie wieder kriege. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich hatte zwar kein Problem gegen neue gute Freunde und so, aber ich hoffe, dieser Freund geht bald rum. Ich werde ihn auf dem Laufen halten. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich nicht noch irgendjemanden angesteckt habe oder so. Weil, ja. Ist uncool. Also falls ihr mal, ich weiß, das passiert wirklich nur, wenn man engen Hautkontakt hat und sowas. Aber falls ihr wirklich mal aus dem Nix irgendwie so eine Stelle bekommt, den anfängt zu scharfen und so, geht lieber mal zum Hautarzt. Lasst mal untersuchen, ob das nicht irgendwie ein Hautpilz ist oder sowas. Ja, das wird auch oft unterschätzt. Ja, also ich werde jetzt mal, ich hoffe jetzt eben, dass die Woche das so weit wieder rumgeht. Und wenn nicht, muss ich auch mal zum Hautarzt und dann muss ich mich vielleicht Antibiotika dagegen geben oder sowas. Einfach rausschneiden. Ja, aber das Kollege hat schon gemeint. Aber der Kollege hat schon gemeint, komm, wir in den Bremsenreiniger gehen mal drüber und schauen, was passiert ist. Mir gefällt die Aussage, wir schauen mal, was passiert. Das gefällt mir. Ich dann so, ja, ist vielleicht nicht so klug, bei einer entzündeten Stelle Bremsenreiniger rüber zu tun. Und so, warum, mir tut es doch nicht weh. Ich so, ja, super, danke. Bunsenbrenner. Ja, der andere hat gemeint, komm, wir gehen mal kurz mit der Pfeile drüber oder so. Mit der Pfeile? Ja. Aber mich gucken die Leute, komm ich an, wenn ich mit einem Bunsenbrenner auftauche. Mhm. Flo, was machst du mit dem Bunsenbrenner? Hier, geh weg. So mitten in deinem Fall. Streck mal den Arm aus. Nein, das ist aber kein Bunsenbrenner. Oh, Menno. Nichts davon hier. Oder wie so eine Treppe. Da wird nicht gebunsenbrannt. Leute, ihr müsst euch das so bildlich vorstellen. Paul liegt bei sich im Bett. Dann kommt so ein Geräusch wie so eine Holzluge, wo er aufgeht. Ich komme hoch. Versucht den Arm zu greifen. Paul, welchem Arm hast du einen Pilz? Flo, geh weg. Kein Bunsenbrenner. Auch Menno. Da hat man so wie Holzstufen runtergehen, eine Klappe zufallen. Und Paul, what the fuck. Guckt sich um und ist nicht mehr. Flo geht dann bloß noch ganz, bevor er dann die Klappe wieder zumacht. Kurz einfach nur. Ich hab dich auch lieb, mein Schatz. Streichelt mir über den Kopf und geht wieder ganz beleidigt. Als wir die Klappe zugehen, dann dumm, 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 dumm. Nichts darf man hier. Die Küche macht sich noch was zum Essen. Paul, wo sind die Süßigkeiten? Im Wohnzimmer, der Knabberschubler. Danke. Dann blüht er mein Vorrat. Dann kommt einfach so unter der Decke, wo er einmal so eine Hand streichelt über die Wange. Irgendwann, aber nicht heute. Dann geht die Hand wieder so weg. Was? Decke weg, da ist nichts. Ja, auf jeden Fall. Und dann sehen die, also eine Kamera wird dann sehen, wie ich mich so an der Decke festkralle. Oder einfach keiner will merken. Wenn Paul so die Decke weg macht, um zu gucken, ob was unten drunter ist, häng ich so in dieser Wölbung drin. Ne. Suppe. Leicht oder nicht. Auf jeden Fall, ja. Achtet auf eure Haut. Cremt euch ein. Achtet, wenn ihr Sportarten macht mit Körperkontakt, wo es Reibungen gibt und sowas. Einfach. Keiner will irgendeinen Hautpilz haben, deswegen, ja. Nein. Nein, 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 nein. Ich werde nächste Woche berichten, dass es ich. Pinkel dir auf den Arm. Weißt du, was richtig scheiße ist? Ja, genau. Kacke. Vielleicht bringt es was. Das auch, nein, was richtig doof ist, jetzt mit langen Armen Shirts zu trainieren am Abend. Ist ja nicht so, dass man eh schon schwitzt wie Sau. Nein, es ist einfach noch 30 Grad warm, schwül und ja. So rutsch keinem Bock drauf, sag ich ehrlich. Du, ich hatte heute, ich hatte heute die ganz geniale Idee. Flo, bloß mal ganz kurz. Kannst du die Idee noch für dich behalten? Ja, ja, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Wollen wir diesem Ausschlag noch einen Namen geben? Bernie. Bernie, okay. Bernie der Hautpilz. Bernie der Hautpilz, genau. Werde dich morgens im Training erzählen. Werde, der Hautpilz und ich, wir machen euch jetzt fertig, was? Genau. Wenn der einen so festhält, los Bernie, beiß dich in der Warte fest, was? Genau. Okay, du hattest irgendeine dumme Idee? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe mich echt so gefragt, ob du dir Gedanken festhalten kannst oder dir. Der war schon weg gewesen, zu dem Zeitpunkt. Scheiße. Hauptsache, ja, ja. Ich bin so wie, keine Ahnung, sobald was aus meinem Aufmerksamkeitsbereich draußen ist, ist es weg aus dem Kopf. Echt? Meinst du das mit dem Aufmerksamkeitsbereich? Oh, ein Ball. Hallo. Wieso bin ich am Nordpol? Ich erinnere mich, da war ein Ball. Flo ist Desmond, der Mondbär. Desmond, der Mondbär. Wie bin ich hierhergekommen? Das ist einfach super. Bei Flo wär's Flo, der Saländer. Was mache ich hier am Nordpol? Salotri, bitte. Ende. Das ist der Salotri. Ich bin Salotri. Als Saländer bin ich ein Salotri. Ist okay. Flo, der Salotri. Was mache ich hier in der Palz? I. Ja, genau, I. Deswegen sage ich es ja. Mach das weg. Dann geh du doch weg. Geht einfach einen Meter weiter und bist wieder über die Grenze. Ja, einmal aber einen Meter zu viel und ich bin in Frankreich. Das ist manchmal echt schwierig abzuschätzen, sage ich dir. Es wird unterschätzt einfach. Hm. Ja. Puh, ich hab gerade gefurzelt. Ich war noch nie in Frankreich, ne? Ich war noch nie in Frankreich. Ich war noch nie in Frankreich. Ich weiß. Will ich da hin? Ich weiß es nicht. Du warst, wo du bei mir warst, hast du ja mal überlegt gehabt. Fahren wir zehn Kilometer weiter über die Grenze. Aber wir hatten Termine. Termine, Termine, Termine. Aber hat nicht gereicht von den Invasionen von Paris. Die hatten nochmal Glück. Die hatten schon die weiße Banner gehisst. Wir waren zwei zu wenig, was? Ich glaube, die schaffen wir. Scheiße, es sind zwei, es ist nicht einer. Hm. Genau. Was machen sie mit dem Eiffelturm? Sie tragen ihn nach Deutschland zurück. Er ist zurück. Keiner weiß, dass er schon mal war. Tadam. Hm. Ja, ja. Ansonsten, Flo. Gibt es sonst irgendwas Neues in deiner kleinen, wunderschönen Welt? Nein, gar nichts eigentlich. Bei mir war jetzt nichts wirklich gewesen. Ich habe Urlaub und ich faule uns eigentlich gerade momentan. So muss das. So muss das. Ich fühle mich da jetzt auch gerade, ich fühle mich sehr wohl momentan. Hm. Einfach wirklich jetzt mal chillen. Die letzten Wochen waren richtig heftig und jetzt einfach mal wirklich diesen ganzen Druck wegzuhaben und nach mir, die Sintflut, ist mir scheißegal, was passiert. Das tut einem, das tut gerade richtig gut. Ja, ist auch nicht schlecht. Ey, das ist schon wichtig, dass man sich auch mal erholt, weil man sieht es ja ab und zu mal bei so Geschäftsmännern oder so, dass die dann irgendwie... Paul, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich höre, dass der Hund irgendwas hat. Moment. Okay. Soll ich es weiterlaufen lassen? Gut, lass es laufen, ich erzähle dir noch was. Na, alles klar. Genau. Also, ich war am Wochenende ja auf dem Turnier in Nürnberg mit meinen Trainingskollegen und auf diesem Turnier von Crappling Industries waren insgesamt 1200 Starter angemeldet. Das heißt, Kinder, Jugendliche, Unterwachsene an einem Tag von 8 bis ungefähr 22 Uhr ging das ganze Turnier, also über 14 Stunden. Entsprechend war bei den Temperaturen eine sehr gute Luft in der Halle. Sie hatten zwar 15 Matten, die hatten zwar 15 Matten, die haben sie auch gebraucht, sonst hätte es ähnlich gedauert, aber auf alle Fälle ja. Ja, es war mega warm, selbst die Zuschauerrängen in dieser Turnier, die ein bisschen höher lagen, war es warm, da war es ein bisschen angenehmer, was die Luft angeht, aber du musst immer raus, um Luft zu holen. Und ja, ich bin froh, dass ich als zweiter Coach, weil mein Headcoach, also mein richtiger Trainer, der hat die anderen Leute an der Matte betreut und ich habe ein, zwei Matches betreut und ich merke, dass meine Stimme leicht angeschlagen ist, aber zum Glück nicht so sehr, dass ich heiser bin, wie es vor ein paar Wochen noch der Fall war, als ich auch Leute ein bisschen mitgecoacht habe. Und ja, ich würde sagen, so läuft das. Ja, 1200 Starter an einem Tag, weil, zum Beispiel denken, warum teilen sie es nicht auf zwei Tage auf? Ganz einfach, alle kostet einen Haufen Geld zu mieten und lieber miete ich die halt nur einen Tag statt zwei Tage, weil, ja, kostet mich weniger, gell, und ich mache mehr Money damit und ist ja auch okay, dass eine Veranstaltungsreihe, die nahezu wöchentlich oder zumindest im europäischen Raum und im nordamerikanischen Raum, was ich so mitbekomme, wöchentlich irgendwo eine Veranstaltung hat. So, ich bin wieder da. Alle zwei Wochen und ja, so ist das. Genau, sehr schön, Flo. Was hat der Hund gehabt? Ja, manchmal ist es filmreif. Ich habe was scheppern gehört. Da habe ich jetzt geguckt, der hat seine Wasserschüssel wegschieben wollen, wegziehen. Das ist so eine Metallschüssel. Da hat er sie halt, wie soll ich das sagen, scheinbar an die Wand, keine Ahnung, er hat sie auf jeden Fall im Maul getragen, als ich ihn gerade gesehen habe. Okay. Problem war nur, da war noch Wasser drin. Beziehungsweise dann eben nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt nur gerade die Fütze wegquischen müssen. Okay. Das, was mir gerade für ein schlechtes Wortspiel aufgefallen ist. Was denn? Du hast gerade gehört, dass es scheppert. Ja. Warst du, wenn der Captain scheppert? Das ist schlecht. Entschuldigung. Ach, der ist super. Nein, der ist scheiße. Am Ende ist er super und du wirst ihn irgendwann gegen mich verwenden. Tu nicht so. Ich werde gegen dich verwenden, dass du diesen scheiß Witz gemacht hast. Das werde ich gegen mich verwenden. Ich weiß. Und trotzdem finde ich ihn gut. Soll ich mal sagen, mein Auto heißt scheppert. Weil es sich am Anfang hatte ziemlich gescheppert hat. Deswegen nenne ich mein Auto scheppert. Ist ja okay. Seit Jahren. Carp ten scheppert. Entschuldigung. Okay. Es tut mir leid. Ich hatte eine kurze Nacht. Ich habe so ungefähr fünf Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Ich kann dir eins sagen. Nach dem Spruch werde ich die Nacht, wird deine Nacht noch kürzer sein. Ich komme die Klappe hoch, wenn du es nicht erwartest. Knall dir eine und geh wieder weg. Nein. Okay. Ich werde die ganze Nacht wach liegen. Das wird dir nicht helfen. Und dann doch schlafen. Ich merke gerade, wenn ich daran denke, wenn es ums Bett gehen geht, ich bin jetzt schon wieder müde. Dann legst du dich ins Bett, denkst, jetzt bist du sicher. Und dann siehst du aber nicht, das sind ja nur Leute, die es von außen beobachten, dass das Kissen so einen Ausschnitt hat, wo mein Gesicht rausguckt. Und die Matratze an der Seite sind meine Arme so. Und dann wie so eine Klammer schließt sie sich. Endlich wieder mal umbearmt werden. Das ist wunderschön, Flo. Und dann denkst du, ach, das ist aber eine Feder locker. Oh Gott. Oh Gott. Dann regst du dich auf, ich muss mal was machen. Die Feder ist glaube ich, ich habe doch gar keine Sprungfeder im Bett. Das ist auch keine Sprungfeder, Paul. Und dann wird der Mund zugehalten und Dinge geschehen. Und ich wundere mich, warum ich seit drei Tagen komisch laufe in der Früh. Das liegt nicht am Training. Was? Alter, einfach versucht, die Sprungfeder mit dem Hammer wieder reinzuhauen und wundert sich, was das für ein gedämpfter Schrei ist, den er da die ganze Zeit hört. Und deswegen ist Froh-Unterschwellig-Sauer auf mich und ich weiß nicht warum, aber er kann auch nichts sagen, sonst würde er sich verraten. So, warum machst du einen Kips im Schritt? Geh dir den Scheißdreck an! Du Arschler! Was bist du denn so sauer als Maul? Du weißt es ganz genau, ich kann es dir nicht sagen, aber du weißt es ganz genau. Du weißt es so wie bei Hangover 2 am Anfang, dass ich denke, das ist ein kleiner lustiger Pilz. Meine allererste Freundin war mal sauer auf mich gewesen. Stinksauer. Und ich habe später erfahren, wieso. Weil sie geträumt hat, dass ich ihre Schokolade gegessen habe. Da wäre ich auch sauer auf dich. Sie hat es geträumt, sehr gut! Es ist meine Traumschokolade. Finger davon weg. Ich esse so gut wie keine Schokolade. Ganz selten! Ja, umso schlimmer, dass du dann auch meine Traumschokolade auffuttern musst. Ja? Ich kann sie verstehen, gib mir mal ihre Nummer. Ich werde mit ihr... Über mich herziehen, weil ich... Ja, Flo hat auch meine Traumschokolade gegessen. Dieser Schof! Wer sind sie? Warum haben sie meine Nummer? Gehen sie bitte aus der Leitung. Nein! Da bin ich nie drüber weggekommen. Und ich habe das sogar von vielen erzählt bekommen. Ja, ich habe mit meinem wieder Streit. Ja, warum dann? Ich habe das und das geträumt. Ja, und was hat er gemacht? Ja, nix. Das war ja im Traum. Wieso bist du sauer auf ihn? Ja, das muss ich ja wohl, wenn er so was im Traum hat. Was? Was ist dein Scheißproblem? Das sind meine so Gedanken. Ich kenne ein paar Leute, die das so... Warum? Wieso macht ihr das so? Ich verstehe es nicht. Weil es sonst langweilig ist. Ich habe immer mit... Ich habe immer so mitbekommen, die Leute, die das meiste Drama machen in ihrem Leben, haben am wenigsten in ihrem Leben zu tun. Das ist so meine Erfahrung. Dass ich so mitbekommen habe. Ja, das habe ich auch ein bisschen schon mitbekommen. Ja, wie gesagt, das ist so... Ja, wenn ihr selber Drama habt, dann macht in eurem Leben irgendwas. Sucht euch ein Hobby. Und wenn es Eier gegen Häuserwände ist, dann habt ihr wenigstens weniger Drama daheim. Eiern gegen Häuserwände? Eier. Ach, Eier! Ich habe Eiern gemeint. Du weißt schon, so... Ja. Nein, nein, nein. Ich habe Bilder im Kopf. Lieber die Bilder im Kopf als Eier an der Wand. Was? Was? Ja, nee, ich meine bloß... Sucht euch einfach ein Hobby und behandelt Leute mit Ringerpilz. Danke. Und Eierkuliert nicht gegen Häuserwände. Ich merke es gerade. Ich muss echt nochmal einkremen, weil es fängt nicht an zu jucken. Weil die Haut ist halt an der Stelle auch extrem trocken natürlich durch den Pilz. Du, die Wunde, die ich jetzt seit drei Wochen am Knie habe, ist immer noch nicht verheilt. Ja. Aber sie hat nur noch die Hälfte etwa, aber ich kann mich immer noch nicht richtig hinknien. Das tut zaumäßig weh. Ja, Knie ist genauso wie Schultern und Füße und Hände irgendwie so langmähige Sachen. Weil es einfach so komplexe Gelenke sind gefühlt. Weißt du, was das Schönste an der ganzen Sache ist? Von meiner Körpergröße her ist das leider auch... Gerade mit der Arbeit. Ist es auf der Größe, wo das Bettgestell ist. Der Rand. Das heißt, immer wenn ich am Bett arbeite, stoße ich mir quasi die Stelle. Dann... Tja. Dann habe ich das Problem. Ich muss die Bürostühle bei mir immer ganz hoch fahren, weil alle meine Kollegen so klein sind und ich kriege es in die Knie. Also ich könnte mir das Knie lecken. So sitze ich da teilweise drauf. Mal ganz blöd gesagt. Dann fahre ich den Stuhl immer ganz hoch. Was aber dann das Problem ist, dass ich dann auf der Höhe mit dem Knie bin vom Tisch. Von der Tischkante. Und da stoße ich mich dann halt auch dran, wenn ich nicht aufpasse. Okay. Und das Allerschönste ist, ich habe leider die Angewohnheit. Ich habe mein Handy immer in meiner Jackentasche. Mhm. Und bei so einem Wetter... Ich habe die Jacke eigentlich immer dabei. Auch wenn ich weiß, ich brauche sie nicht. Ich bin sie mir dann halt um die Hüfte. Ich habe mir das einfach die Jahre so angewöhnt. Ich fühle mich komisch, wenn ich die Jacke nicht dabei habe. Ich weiß nicht warum. Ist halt so. Aber leider, wenn ich dann das Handy in der Weste habe, schläge es die ganze Zeit gegen meinen Knie. Ja, super. Und dann laufe ich und das Ding trifft einmal so... Ich denke nicht mal dran. Dann trifft es in einem saublöden Winkel diese Stelle und ich fange einfach an zu schreien. Ja. Und die Leute erschrecken, warum ich auf einmal schreie. Und der Hund denkt, ja, er hat mir Erlaubnis gegeben. Ich werde sie jetzt alle töten. Sehr gut. Da gab es ein paar Missverständnisse, aber das hat sich dann alles schnell geklärt. Schwerer der Himmels, Schrägstrich Höllenforte, wird sich das alles klären. Ja, da wird mir einer gegen das Knie treten. Ja, der Petrus macht dann das Tor auf. Sie waren so gut im Leben, sie können hier reinkommen. Macht das Tor auf. Drift nicht versehentlich am Knie. Ich knall ihm ein und dann komme ich in die Hölle. Kreuz, Kruze, Fix, Halleluja, noch eins. Ja, er flucht dann auch noch so. Er flucht dann auch noch so. Was soll denn die Scheiße, Mann? Alter, ich dachte, du bist korrekt gewesen. Du warst Altenpfleger, aber in die Hölle mit dir. Wieso haben sie geflucht? Sie sind doch Petrus. Fick dich mit Petrus. Jesus war, was glaubst du, wie Jesus der Bub vom Chef gekriegt hat, als er am Kreuz genagelt hat. Sie meinten ans Kreuz. Nein, am Kreuz genagelt. Das ist Übersetzungsschäler. Das ist Übersetzungsschäler. Ja, Maria Magdalena war nicht so fromm, wie wir alle dachten. Ja, er war doch Zimmermann, stimmt's? Mhm, genau. Er war einfach so im Zimmern als Mann. Ja, ich dachte jetzt eher, dass er mit Holzarbeiten vertraut war und eventuell für seine Frau... Ja, er kannte sich aus mit Nageln, was? Das ist jetzt nicht, ich dachte, dass er dann vielleicht was für seine Frau geschreinert hat, wenn er mal nicht da ist. Und sie fragte, wie man das nennen kann und er sagte einfach Ast rein. Oh Gott. Oh ja. Und für meine schlechten Witze kritisieren, Flo. Ja. Gott. Ja, gut, ich merke schon, für ein, zwei Aussagen von gerade eben werde ich auf jeden Fall in der Hölle landen. Paul, du bist Atheist und hältst eh nicht viel von diesem komischen Märchenbuch. Ja, aber erst recht jetzt. Gott fängt nur wegen meiner Aussage an zu existieren, um mich zu bestrafen. Vorher hat er nicht mal existiert. Er wusste es nicht mal. Ja, genau. Ach ja. Ach ja. Was ist... Ich weiß gar nicht, wo das Zitat herkommt, aber... So, laut Bibel erschuf Gott alles Mögliche auf dieser Welt und hat aber was dagegen, wenn Ingo und Markus knutschen. Äh, äh, genau, genau das. Ja, genau. Genau, weil Ingo und Markus sein einziges Problem sind. Das ist auch immer so... Der Gott bereist, wortwörtlich. Immer wenn einer von denen kommt und sich darüber aufricht, äh, das ist unchristlich, dann... Ich frage dann immer, wenn es unchristlich ist und alles, wieso hat es Gott dann zugelassen, dass es erschaffen wird? Mhm. Der ist doch allmächtig. Ansonsten, der ist doch allmächtig. Ja, am Arsch, der Teufel. Egal, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, so... Ja, nee. Ich würde jetzt gerne das Motto einer sehr dummen Boulevard-Zeitung zitieren, aber mache ich nicht, weil... Das Motto jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, auch schon wieder sehr querdenkerisch drüberkommt, deswegen... Ja, nee. Okay. Lassen wir das. Und ich würde sagen, wir lassen den Podcast, weil ich merke einfach gerade wieder, dass ich müde bin, weil... Wenig Schlaf, anstrengenden Tag gehabt gestern, also am Sonntag. Wenn ihr das hört vor einer Woche. Wenn ihr das hört vor einer Woche. Ja, es ist so. Und ja, ich merke gerade, ich bin ja das Wochenende wieder weg. Oh, scheiße. Gut, danach habe ich Urlaub, also daher nicht so wild. Ja. Aber trotzdem. Ja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hatten ein paar interessante Themen. Ja. Ja. Weil Flo hat Captain gescheppert. Oh ja. Und ja. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, Flo, dass du wieder dabei warst. Wie eigentlich jedes Mal, außer du bist im Urlaub, dann ist Thomas wieder da. Grüße gehen raus. Wobei auch du einmal vertreten wurdest. War ich da krank? Ich glaube, ich war krank, oder? Das weiß ich nicht mehr. Oder konnte ich da nicht? Ich weiß es nicht mehr. War da nicht so dieser geheime Auslandseinsatz, von dem keiner wissen soll? Wo du diese Terrorzellen verlegt hast? Und dem Ex- Das waren böse Akkuzellen. Genau, und dem Präsidenten dann noch einen Burger gebracht hast. Vegan. Wer wollte sein, hat sich gefreut? Aus Kuhfleisch? Ich weiß es nicht mehr. Genau das. Veganes Kuhfleisch. Veganes Kuhfleisch aus Hähnchen. Geil, mit Rind. Ja, und damit, oh Gott, die Verwirrung noch verwirrter ist. Aber ohne Schweinefleisch. Als veganes Kuhfleisch, als Hähnchen und Rind. Hähnchen ist nicht vegan? Warum gibt es eigentlich kein Hähnchen, ähm, Hackfleisch? Das ist... Im allgemeinen. Gutes... Gutes... Gute Frage. Ja. Kauf dir einen Trichter. Nein, nein, nicht einen Trichter. Äh... Fleischwolf. Fleischwolf, sag ich ja. Es ist wie ein Trichter. Ein Eiswolf. Nur mit Kling. Es ist wie ein Trichter, nur mit Kling. Gut. Jetzt weiß ich auch, wie die Folge heißt. Richter mit Kling. Richter. Ja, Trichter. Trichter mit Kling. Vielleicht lässt sich das T auch in Klammern. Aha. Schau mal. Auf jeden Fall. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt hat er nach drei, vier Minuten auf... Vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, macht's gut. Und steck nix in den Trichter mit Richter mit Klingen. Amen, Bruder. Oder steck nen Trichter in den Richter. Und zwar mit Klingen. Stecken Klingen im Richter vom Trichter? Wir werden es vielleicht erfahren. In Folge... Es ist Folge 80 übrigens, die wir gerade aufgenommen haben. Hey, Happy 70. Genau, darauf ein mächtiger Kaufschrei. Ululululululululululululu